Das Messing-Imperium oder auch ewiges Imperium ist ein 1518 ausgerufenes, staatenähnliches Gebilde im Kugelsteinhaufen M13. Es handelt sich allerdings nicht um einen Staat im herrlichkömmlichen Sinne, sondern um eine virtuelle, computergenerierte Welt, die nur in den ihr angehörenden Positroniken existiert. Trotzdem kann es durch seine robotischen Flottenverbände durchaus erheblichen Einfluss ausüben. Tormanagdao-Zarius wird als ewiger Imperator bezeichnet. Seine Flotte im Normalraum besteht aus weit über 500.000 Roboträumern der Aprik-Klasse.